Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Flucht 3 gemeinsam mit eurer Spakrede. Hallo! Bewertet sehr gerne das Video. Schaut auch in die Beschreibung, da ist er unter anderem verlinkt. Die Welt hat sich erweitert. Und die Welt hat sich erweitert. Äh, let's go! Als ob, was ein Timing. Ja! Guck mal! Essen! Schmidi! Und Schmidi! Da der Beacon! Wir haben den Buff! Wir haben den Rüstungs-Buff! Oh, ja! Was machst du da? Lass den doch nicht! Das ist wirklich Schmidi! Ja, klar, klar! Wer soll das denn sonst sein? Der Junge-Chiller! Ja, weiß nicht! Guck mal, der hat den richtigen Namen! Seit Jahren! Komm hoch! Ich komm! Ja! Achso! Das geht ja! Nein, wir drücken uns weg! Nein, nein, nein! Klappt doch! Warum klappt das? LOL! Aua! Warte! Kleiner Unfall! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Guck, 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 guck! Da ist er! Schmidi! Du hast keinen Job, ne? Oh, Mann! Ah! Aua! Das ist so typisch! So typisch, dass der da oben arbeitslos abhängt! Der Junge! Aber er hat doch so eine komische Mütze! Hat der? Schmidi! Bei mir nicht! Bei mir hat Schmidi eine Mütze! Ja, das sind sowohl Entitäten-Variationen an, schätze ich! Ja, warum denn nicht? Weiß nicht! Doch cool! Ja, und wie kommen jetzt auch mal die anderen wieder? Und hier... Ah, hier sind die ganzen Häuser! Ja, wir haben... Hier ist mein Haus! Wir haben so viel jetzt hier zu entdecken wieder! Warte mal, ich muss mal ganz kurz mich um das Feld kümmern! Ah, hier hab ich immer geschlafen! Ich hatte so'n... Warum hab ich eigentlich so'n Kack-Haus gehabt und du hattest da hinten so'n... wieder ein Turm? Ja... Weil ich... Acht Stunden gebaut hab' und du dir dann dachtest, du willst gerne einen Turm... äh, haben... Weil du hast auch einen Turm! Ich hab' keinen Turm! Doch! Ich hab' ein cooles Haus! Das ist mehr Turm als meiner! Ich hab' ein Baumhaus! Das ist ein Turm! Nein! Nein! Ich hab' keinen Turm! Ich hab' keinen Turm! Du hast'n Turm! Ja, in meinem Kopf! Doof Kopf! So, ich bin fast fertig, ne? Äh, magst du mir Essen geben? Ja, ich bin gerade dabei! Oh ja, hier! Ich schufti hier schon wieder! Hier sind die... Massenbetten, Alter! Wo denn? Ach, du bist drüben! Okay, warte! Ich komme! Hier! Oh, ja! Jetzt müsstet ihr doch alle neu geboren werden! Kommt doch! Wo sind denn? Villager! Das waren hunderte... Oh ne, Moment mal! Warte mal, stimmt! Das macht sogar Sinn, dass die weg sind! Wir haben die doch alle... Oh mein Gott, wir sind so... Och Gott! Wir haben die doch alle mit rüber genommen zum... zum Endkampf! Stimmt! Und dann ist doch die Hälfte einfach weggesprengt... Ja, und weggesprengt worden von irgendwelchen Creepern und so! Das war so geil, Junge! Das war... Mach, ich brauch' Essen! Oh! Bitte! Ja, hierher nimm! Krieg's den Dreck! Oh, du gibst einfach diese... diese Beeren! Na klar! Oh, Eisengold Diaz! Und alles leer! Nein! Willst du ne Kniffte? Ja! Ich mach' dir was! Gib mir mal bitte n' Brot! Ja, ja! Warte! 23! 23! Wir sollten gucken, dass wir hier im besten Falle den Fahrstuhl hinbauen, um dann nach unten zu kommen! Hier! Guck! Guck Digga! Wo? Na guck mal Digga! Kommst du Digga? Ich bin nicht dein Digga! Digga, yo! Hier! Guck mal! Ja! Perfekt! Als ob! Ja, und der dürfte uns irgendwie zu eins führen und das kann man ja dann nochmal erweitern! Oh ja! Ja, stimmt! Das wär' perfekt! Und nach oben geht der auch! Oh, das ist gut! Dann können wir von da aus perfekt zu anderen Höhlen! Was denn? Wir haben noch die Monsterfalle irgendwann weggesprengt, aber wir hatten noch eine hinten im Meer! Oder? Ja klar! Die hier wurde weggesprengt! Die existiert einfach nicht mehr! Hinten haben wir aber noch eine schwebende! Ich weiß nicht wovon du redest! Jaja, das können wir uns dann angucken, wenn die Welt sie noch zehnmal erweitert! Oder dreißigmal! Puffi ist weg! Was? Puffi ist nicht mehr da! Wie, der ist weg? Der ist nur noch ein Item! Ja, da ist er doch! Was, warum machst du mir denn jetzt hier so ang... Ey! Man, warum bist du da nicht reingefallen? Warum machst du... Was war das? Ich mach das... Ich repariere das! Ich wollte nur ein bisschen Spaß machen! Ah ja! Okay! Ich kann doch Sand ganz einfach besorgen! Wo sind... Oh nein! Bumse! Nein, nicht Bumse! Was denn? Hier die anderen Viechers! Tootalk! Die wurden... Ja, weil... Die wurden alle wegges... Snackt? Ja, die kracht wurden... Warte, war das hier? War das hier? Wo waren das denn? Deine Tierquäler-Delfine drin! Nee! Ja doch! Den ging's gut bis zuletzt! Hier war auch Schwuffi drin! Wo ist der denn? Schwuffi hat... Ich hatte auch mal einen Hund, dann hast du ihn umgebracht! Nein, das warst du! Du wurdest dafür verurteilt! Nein, du warst das! Nein! Oh, ist das schön! Oh, ist wirklich schön! Unser... Ah... Oh, da vorne hier... Hier war auch die... Die... Ausbildung und so weiter! Oh, Mann! Nicht nur eine! Ja! Ich war komischerweise ganz oft irgendwie vor Gericht! Ich weiß auch nicht warum! Nee, ich wurde von dir ständig zum Tode verurteilt! Ja! Stimmt! Gibt's... Ist das doch da? Das Gerichtsgebäude ist da vorne! Nein, nein, nein... Nee, das meine ich nicht! Ich meine... Wir haben doch den... den... Tod durch Ambossinator! Haben wir... Nee, wir können da nicht hin! Schade! Ja, ja, dafür ist der Turm da! Ah... Hier links ist das! Das ist auch schade, schade Schokolade! Und hier ist auch der Friedhof! Ja! Können wir auch nicht hin! Wer liegt denn hier? Hier liegt Joe! Er war der beste Farmer der Welt! Oh, ja! Klaus 1.0! Hier liegt der beste der vielen... Da liegt Bumse und Bumsi! Die tollsten Bienen! Ach nein! Und Schmidi der Echte! Und Schmidi der Nicht-Echte! Das da oben ist einfach wie Schmidi 5 oder so! Geil! Oh Mann! Das Einzige, was ich... Was ich auch noch vermisse, ist eine richtig schöne Portal Gun, Alter! Ja, ja, ja! Aber ganz kurz zur Aufklärung! Es gibt halt gerade keine Datapacks! Die 1.18 ist frisch rausgekommen! Und ähm... Oh, guck mal! Es war ja generell so, dass wir ein bisschen abspecken mussten! Was eigentlich unser Plan... Ja? Äh, ein bisschen abspecken! Was war im Spiel? Hahahaha! Aua! Okay! Hey, was ist das hier? Ey, ich habe mal meine Pferde geparkt! Ah, stimmt! Das ist meine Garage! Und ich hatte doch so ein Skelettpferd, Harald! Ja! Und ich hatte Pocahontas! Das schnellste Pferd der Welt! Das war sehr schnell! Und hier, guck mal! Ja! Ich habe halt ein bisschen Angst... Ah ne, wir brauchen keine Angst haben! Hui! Aua! Hui! Aua! Können wir fahren? Ah, ne, können wir nicht Ah, weil hier keine Sachen drin sind Was war hier? Achso, hier kann man hoch, genau Und hier war dann irgendwann auch das Ende Die ist zu mir Ja, man konnte dann immer noch zu mir fahren Ja, da ist das Ende rechts Genau, da bist du Und hier ist dann Ah, ne, doch, ne, hier wohne ich War hier oben nicht die, die, können wir da hin? Lol, was wir für ein Glück haben Guck mal, komm mal her Als ob Junge, das Scharaffenland Oh, stimmt Von hier aus können wir es erreichen Junge Die sind reich Oh, das stimmt Hier haben wir die ganzen Haben wir die Villager gepumpt Ja, 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 ja Oh Lecker, ne Oh, das ist wirklich ein, das ist ein Geschenk, Alter Ich sag dir auch, sobald die kommen Haben wir da, haben wir irgendwie 50 Stück Die auch Berufe ausführen Ja, aber wir haben, aber warum sind die denn immer noch nicht da? Weiß nicht Weiß doch nicht genau mehr, wie das funktioniert jetzt in 1.18 Kann ja sein, dass da wieder eine neue Komponente dazu gekommen ist Das weiß ich nicht Ich auch nicht Mann, bist du dumm Ja Ups Ich bin hier ein bisschen was pflanzen Ey, bist du hier etwa gesprungen? Ey Ich hab das nicht mit Absicht gemacht Das hör ich sehr oft aus deinem Mund Ja, ich denk manchmal nicht nach Bevor ich manche Sachen mache Das stimmt Bist halt ein Dulli, ne Der Kopf bringt nichts Aber warum nicht? Ja, da war eine Tür Ja Die sollten wir auch wieder hin machen Damit die Villager nicht alle nach da unten rennen Und die war halt da Damit, äh, ja Oder die ist hier jetzt weg Weil wir die ja nach alle unten bringen wollten Aha, okay Verstehst du? Ich versteh nichts mehr Aber ist in Ordnung Ich weiß Dann will ich jetzt nicht runtergehen Weil es mir da gibt Nee Ich komm hoch Und dann können wir eigentlich in die Höhle wieder Ja, warte Was denn? Ich komm hoch Ui Wow Wow, zwei Eisen Hallo Hallo Oh nein Er Schmidi hat jetzt einen Job Ja Aber du kannst doch nicht diesen Straftäter auf die Welt loslassen Ach Schmidi hat eine neue Chance verdient Dann ist das hier liegen Und baut sich wieder dran Guckt, ey, komm mal bitte zu mir Komm mal bitte jetzt Ganz schnell zu mir Ja Dreh dich in meine Richtung Oh, jetzt ist es vorbei Edgar hat sich gerade richtig gespinnt Der ist da vorne Siehst du ihn an dem Fenster da Ach da, ja Und der hat sich so mega schnell gedreht Warte Nee Edgar, mach nochmal Nee, er macht es nicht nochmal Er geht einfach mal Wow Oh Gott, Schmidi Schmidi ist auf den Friedhof gegangen Ja, ja Der besucht seine Vorfahren Oder anderen Versionen von sich selbst Ich hab keine Ahnung Ich denke, wir sollten Schmidi eine neue Chance Geben Ja, schwierig Aber, ja Find ich auch Hat er auch verdient Schmidi verkauft Leder Und mit Zmarken Ja, ich hab's schon gesehen Absoluter Dreck Ja, was erwartest du von Schmidi? Ja, Besserung vielleicht? Mh Oh nein Jetzt hast du die Lampe aufgehoben Hast du eine Lampe im Inventar? Ja Äh Was denn? Ist doch gut Gib mir die mal bitte Ja klar, hier Warte, ich platziere sie Ja, nicht platzieren Geben bitte Danke Ja, du hast Was hast du getan? Wie machst du die denn abgezogen? Weiß ich nicht mehr Oh mein Gott Hier ist eine Katze Hi Ja Wow Was bringt mir deine Katze? Hallo, kleine Katze Ich will auch Hier ist eine Guck mal Ja, wer ist eine süße Fratz? Ja, wer ist eine süße? Oh, guck mal hier Komm mal kuscheln Komm mal kuscheln Lass doch die Katze Hör auf Okay Wo ist Schmidi? Äh Oh Hat das schon wieder Edgar entführt? Ach, hier im Bett wahrscheinlich Ja Ja Ja, er liegt hier Hallo Der penne einfach eine Runde Schmidi, der faule, Alter Junge Ja, was heißt faul? Direkt schlafen Der lag, der stand da oben irgendwie Zwei Jahre Stimmt Der Arme So lange ist Flucht 1 schon her? Ja Komm Komm mal, komm mal her Alter Wow Hey, warum ist der überhaupt frei? Keine Ahnung Weil du hier die Tür nicht zugemacht hast Was denn doch? Nein, Edgar Warte Hey, der hat sich Der muss sich ja losgerissen haben Nee, nee, der hatte nie eine Leine Achso, ja, pack ihn bitte wieder da rein Gesundheit Oh Gott Eine Schweineallergie Hallo Komm jetzt Nee, du musst ihn da so rum Ach, du kennst dich überhaupt nicht mit Schweinen aus Nee, kann ich auch nicht Hast die Warum? Äh, weiß nicht Tschüss Edgar So Tschüss Dann komm in die Höhle jetzt Wo ist die Höhle jetzt? Nee, hier, hier und dann wieder runter Ich bin doch markiert eigentlich Ach, da, hier Ja Abschauen Ich bin direkt hinter dem Boah, da ist so ein Bogenschütze, Alter Mit so verzauberten Sachen Ja, irgendwann bin ich auch so krass Glaubst du? Ja, klar Wo lang? Ach, hier, ne? Äh, ja, bestimmt So, denn ich würde dir auch gerne was zeigen Boah Glaubst du, der Tintenfisch ist noch da? Na, klar, natürlich Der wartet da Einfach, bis wir den mitnehmen Wäre cool Vielleicht hat sich das zum Teil ja auch geändert Das kann sein, ja Äh, genau Ich würde gerne nämlich Pass auf Äh, erst mal gucken, ob der Typ da ist Hallo Hallo Ah, da Jo Ja, guck Widdy verlässt mich für mich nicht Ja Ne, pass auf mit Pass auf Widdy So Jetzt habe ich hier Kupferbarren und kann das machen Habe ich gerade mal nachgeguckt Guck mal Jetzt haben wir einen Blitzerbleiter Cool Krass, ne? Ich weiß nicht, ob es so krass ist Das Gold Äh Ne, wir könnten mal wesentlich mehr das Eisen abbauen Könnten wir, ja Wollen wir das auch? Ja, damit wir irgendwann mal Full Iron sind Und nicht direkt jeder Creeper uns wegballert Was uns das passieren würde Widdy Was kann Squiddy eigentlich? Leuchten Das alles? Ja Und er hat, wenn man ihn Vorsichtig ist, ein Zombie So Ab in die Lava mit dir, du Mollock Äh, was hast du für Equipment? Du hast ne Hast du ne Eisenhose? Mir fehlt Kopf Kopf, ja Mir fehlt nur Kopf und Füßchen Ja, dann gebe ich dir den Kopf Hm Denn du bist ein Opferino Das stimmt Mehr haben wir auch nicht Was ist das? Achso, wow Oh Gut gepanzertes Skelett Ja Warte, ich geh rein Ich klei das Aua Wow Ja, schön mit der Axt Ui Ah, da ist Ja, ich hab mit der Spitzhacke reingeschlagen Hab ich gesehen Toll gemacht So, was ist das da oben? Ist das nicht so ein Ding, was sich auch verbreitet? Hm, ne Ne, das sind nicht diese Lush-Sachen Da ist Eisen Ja, hier geht's ab Hier sind zwei Glow Squids Fehlt uns auch nicht Als ob Hier unten sind noch zwei Hey, die sind ja überhaupt nicht selten Scheinbar nicht Aber ich weiß auch nicht, wie viele Dinger normalerweise da sind Alter Okay, das ist geil Ja, und was machen wir jetzt mit denen? Ja, wir müssen die halt irgendwann Das ist halt das Ding Das Wichtige ist Schreibt dir mal hier die Koordinaten Das ist, warte mal Genau, das ist das Wichtigste Koordinaten Ja, aber ne, brauchen wir nicht Ich weiß ja genau, wo das ist Das werden wir auch nie vergessen Das ist unten in unserer Höhle Ja, 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 klar Aber es geht darum Also, wir haben ja schon einen Aufzug Den bauen wir nach unten Und dann bauen wir einen Weg Hier hin Von da Yo, 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 okay Und den müssen wir dann irgendwie fluten So, dass wir dann das Ding Also, ne Ja, 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 ich verstehe Ich verstehe Ich kann die Folgen Ja, gut, habe ich ja jetzt in der Aufnahme Dann kann ich das ja einfach angucken Später Hallo, was willst du denn? Naja, der darf, dem darf nichts passieren Alter Der darf mich einfach Ja, das war komisch Ey, hier nimm Ja Ich gebe dir einfach alles Dann bist du voll Iron Geil Vielen Dank Kein Problem Die sind sehr nett Na klar Sehr großzügig auch Ja, was ist das denn da jetzt oben? Ja, baust ab Oh Hä? Hä? Mach vielleicht mit Schere Ja, bevor soll ich denn jetzt eine Schere haben? Wollte ich Ja Jetzt sind mal nicht die Füße gemacht Ja, sorry, dass ich an dich denke Das war nur ein Spaß Habst du mir mal nicht mein Equipment gegeben? Oh, Vorsicht, da ist ein Creeper Ach, was für Vorsicht Alles klar Mach mir auch nehmen Oh, kann ich nicht Ups Mir fehlt noch ein Irren Ja, warte, ich bring dir eins Ich bring dir eins Okay Dann bring ich dir keins Ne, ich brauch vier So, okay Oh, hier ist noch Larp Fehlen nur noch Schuhe Lazily Lazily Wow Okay Aber, oh Gott, was ist das denn für eine Falle hier Ja, vorsichtig Guten Tag Nein Die Glow Squids Sie hat's Sie haben's erwischt Nein Hier sind die Ja, aber diese Diese Tintensäcke sind liegen hier Oh, hinter dir ist ein Skelett Ja, alles gut Was sich an schießt Ich bring's um Warum haben die alle verzauberte Bögen? Ja, wir haben hier Oh, was ist das denn? Drei Leuchttintenbeutel Oh, ja, hab ich auch Genau, hab ich gerade auch Aufgehoben Ja, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Aber die scheinen ja auch gar nicht selten zu sein Ich weiß es nicht Ich auch nicht Na, komm Oh, Mann, das ist ja smart, dass ich hier Oh, Gott, war das du Das war das dümmste, was ich jemals in der Fluchtfression gemacht habe Liebst du? Ja, ja, klar, hälfte Leben Alter Ah, da kenn ich nix Ja, aber hier ist, äh, weiß nicht Ja, gut, und wir sind dann oben Ist ja auch hier oben in Ecke Ist natürlich schade, ja, ist natürlich schade, dass die jetzt alle nicht mehr am Leben sind, aber, ne? Ja, aber dafür haben wir Leuchttintenbeutel, was auch immer man mit denen macht Ja Ich hab keinen blassen Schimmer Jetzt kommst du nicht mehr hoch Wie? Ich komm nicht mehr hoch Oh, nein, wieder ein Skelett Hallo, hört doch auf Ich hab euch nix getan Geht doch mal in Ruhe, Mann Ja, mach ich ja Wenn die mich nicht attackieren würden Ja, genau, den meine ich Oh, der ist sogar noch einer, alles klar Der Hund Oh, ich glaub, der eine ist runtergefallen Vielleicht tot Okay Hälfte Leben wieder Kann ich den Tintenbeutel trinken? Nee Was bringt der überhaupt? Kann man da irgendwie Lampen mitbauen? Ich weiß nicht, was man damit machen kann Können wir nachgucken Das müssen wir mal, ja Trinken kann ich ihn nicht Das ist schade Das ist wirklich schade Die Welt hat sich erweitert Als ob Oh, oh, oh Aber das ist mal wieder der perfekte Moment Um euch leider Gottes Tschüss zu sagen Vielleicht auch für immer, weil ich sterbe gerade Aber drei Herzen Was? Junge Alles gut Ach, komm ey, ich bin doch ein krasser Typ Dann bewertet sehr gerne das video schaut auch in die beschreibung ist der kleine junge verlinkt Abonniert beide kanäle aktiviert die geile glocke schaut in unserem world shops vorbei Schaut im world shop von seiner mutter vorbei bis daniel euer Was denn ja hier ist schon wieder einer und die sind alle verzaubert ihr dann lasst sie doch mal in ruhe Die greifen mich alle an ich baue mich ein und schluss leute Bis dann